ARD Text im Auftrag von Funk Hey Alba-Fans, how are you doing? It's Bryce Taylor. Just wanted to thank you guys for your consistent support and wanted to wish you a happy holidays and a Merry Christmas. Liebe Alba-Fans, vielen Dank für die Unterstützung bei den ganzen Heimspielen in der Saison und ein frohes Weihnachtsfest an euch alle. Hallo, everybody. Thanks for your support. Merry Christmas. Hallo, Alba-Fans. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Hallo, Alba-Fans. Thank you for all the support. I just want to wish you a Merry Christmas over these holidays. Thank you. Hi, vielen Dank an euch für eure super Unterstützung für das Jahr 2010. Ich hoffe, dass es 2011 mit eurer Unterstützung genauso weitergeht. Ich wünsche euch ganz Liebe und schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und let's go, Alba! Hallo, everyone. Hi to the fans. Thank you for all your support. Merry Christmas and froh Weihnachten. Liebe Alba-Fans, vielen Dank für die Unterstützung in der letzten Zeit und alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Hallo, Fans. Liebe Alba-Fans, vielen Dank für eure tolle Unterstützung jedes Spiel und ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. To our fans, who are one of the best fans in Europe and who are ready to come to any place that we play, who are with their thoughts on every game, with us wherever we are. Here is the best wishes for our upcoming Christmas holidays and for the new year. In case that we don't see you sooner, all the best to you from the coach and the team.